Was geht ab liebe Kampfsportfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal No Time MMA. Hamza Chimaev hat auf den grandiosen Kampf von Israel Adesanya und Alex Pereira reagiert. Adesanya hat es geschafft, Pereira zu neutralisieren, hat auf diesen Moment gewartet, wollte ihn wirklich in eine Falle locken, dass er wieder am Cage landet, sich pressuren lässt, aber diesmal hatte Adesanya eine passende Antwort dazu. Und das war in diesem Sinne die Konterrechte, die Konterrechte, auf die er gesetzt hat. Das war auch genau die Rechte, die Pereira im ersten Fight angenockt hatte. Diesmal konnte Adesanya aber mit einer brutalen Rechten direkt hinterher knallen. Und das hat dazu geführt, dass Adesanya Pereira wirklich kalt, einfach eiskalt, Freunde, zu Boden geschickt hat. Es war wirklich so brutal mit anzusehen, wie der Kopf von Pereira da noch auf den Boden geknallt ist und wie Adesanya noch mit den Hammerfists hinterhergegangen ist. War einfach schlimm mit anzusehen, aber so ist das Business. Und jetzt stellt sich die Frage, Trilogie gegen Pereira oder nicht? Hamza hat seine Meinung dazu. Darüber sprechen wir in diesem Video. Lasst unbedingt gerne Like und Abo da, um nichts zu verpassen, weil es 58% von euch dies noch nicht getan haben. Und schaut bei ESN vorbei mit dem Code NOTIME, könnt ihr mich supporten. Erstmals hat Conor McGregor direkt darauf reagiert und sagte, dass eine Quadrologie immer spannend ist, immer Spaß macht. Und ja, erstens könnte man halt darauf setzen, dass er damit natürlich die Quadrologie von Adesanya und Pereira meint, weil es ja jetzt zwischen den beiden 3 zu 1 steht in diesem Sinne. Aber 1 zu 1 in der UFC. Und darüber hinaus kann man auch denken, dass McGregor darauf antiesen will, dass er gegen Dustin Poirier kämpft. Ist interessant, aber ich denke, er sollte sich erstmal Gedanken um Chandler machen, an diesem vorbeikommen. Und dann könnte man in der Zukunft schauen, gegen wen McGregor nochmal kämpft oder ob er direkt um Titel kämpft und, und, und. Und ansonsten haben wir hier einen Hamza Chimaev, welcher darauf reagiert hat, dass er sagt, ey, Glückwunsch Israel Adesanya, wir sehen uns bald. Jetzt ist meine Zeit, let's go, mach es möglich, UFC-Präsident Dana White. Er sagte, ich habe Bock auf den Fight, ich will den Kampf und ich werde in diesem Sinne Adesanya natürlich killen. Vor ein paar Tagen hat er noch gesagt, er kill everybody in Abu Dhabi. Ob Hamza Chimaev den Kampf mit Stake bekommt, ich denke, es sieht nicht danach aus. Alle Kommentare wirklich im US-amerikanischen Raum sagen, Hamza ist einfach zum Twitter-King geworden. Der Typ ist nur am Reden, kämpft nicht, kämpft nur einmal im Jahr. Hat zuletzt einen Kevin Holland besiegt, der zu diesem Zeitpunkt nicht mal gerankt war in der UFC. Und jetzt will er im Mittelgewicht um den Titel kämpfen. Und das wird nicht passieren. Weshalb stelle ich mir vor, dass Hamza erst mal einen guten Fight, einen Top-Contender am Mittelgewicht schlagen muss, damit er gegen Adesanya kämpfen kann. Aber schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Ich bin ultra gespannt drauf. Seht ihr Hamza Chimaev direkt den Titelkampf bekommen? Ich sehe es nicht so, aber eure Meinung zählt. Lasst ein Like und ein Abo da. Das wäre es mit dem Video. Bis zum nächsten Mal hier bei NoTime MMA.